Ich habe mich in der DDR aufgewachsen und natürlich war dann die DDR meine Heimat. Die ersten Traumaten in meinem Leben sind zu fühlen, in meinem Land zu fühlen, in meinem Land zu fühlen. Diese Fratture habe ich durch die Erinnerung erlebt. Das Traumaten in meinem Leben sind die Erinnerung. Dann habe ich mich in meinem Land zu verlassen, meine Erinnerung. Das Traumaten in meinem Leben sind die Erinnerung. Das Traumaten in meinem Leben sind die Erinnerung. Ja, also das entwickelt sich, das ist nicht sofort da. Man muss erstmal doch auch mit den Leuten sprechen und dann kann sich sowas entwickeln. Und diese allgemeinen Solidaritätsbekundungen habe ich nicht nötig. Aber das Traumaten in meinem Leben sind die Erinnerung. Und das Traumaten in meinem Leben sind die Erinnerung. Das Traumaten in meinem Leben sind die Erinnerung. Da singe ich als Antwort ein Lied. Das Traumaten in meinem Leben sind die Erinnerung. Das Traumaten in meinem Leben sind die Erinnerung. Das von jetzt vor c